moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf dem kanal gamesblock und heute nicht clash of clans nicht clash royale oder gta oder battlefront sondern battlefield 1 so habe ich mir vor zwei tagen gekauft und habe so ein bisschen kennengelernt das spiel was funktioniert und jetzt habe ich mir gedacht mache ich mal ein video und auch das hoch ja ja update eine neue karton gameplay verbesserung nein wohl nicht der update ist live für unsere updates gehen weiter dass in dem verschenkel verbesserung pass oder so 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 dann wollen wir auch mal eine runde spielen aber ich muss erstmal was gucken ich dass nämlich alle hören während ich audio ob sie eine sprache ein bisschen bisschen leiser machen sprache deutsch mein team spricht meine sprache aus spiel kommentator stimme also dass das kommentator aus und der titel kann mikrofon lautstärke so dann haben wir das auch schon mal da machen wir jetzt auch mal gleich ein schnelles spiel und zwar mit frontlinien also ich bin noch anfänger so lacht mich nicht auf wenn ich irgendwas so schlecht bin wöchentliche medaillen erziele zehn gilt in einer runde erziele fünf geht in einem leben oha gewinne zwei runden von 2000 eb erziele zehn gilt in wo gott spiel kriegstrauben das ist denke ich mal dann sowie wie gehen geht er die tagesziele würde ich sagen so welchen truppe voll 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 dann gehen wir mal hier in den tropf alpha ähm ja wir sind die vereinigten spiel als die vereinigten staaten und starten hier bei einem partner wir haben hier war noch einer wow ich sag ja ich bin nicht gerade der beste ähm ähm spiel ja für so sturm so da sanität in dem sanitäter mal wir haben einsatz ziel cäsar erobert ähm so einer schon mal weniger da zwei drei ein guter start schon mal für die runde mit drei kills läuft doch das lief doch schon mal ganz gut mit drei kills so ich schätze mal der ton ist noch zu laut ähm option audio so dürfte eigentlich besser sein ja also es deutlich besser so 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 Und wenn ihr mehr Battlefield und so sehen wollt, ähm, ich hab oben, glaub ich, wenn ich's nicht vergessen, ne Umfrage, ähm, wär ganz gut, was ihr sehen wollt, ähm, abstimmen könnt, ob ich mehr Clash Royale oder, würd mich ganz gerne mal interessieren, was ihr gerne mehr sehen wollt. E, wir müssen, jetzt müssen wir Einsatzziel E erobern, oh Gott. So, hier müssen auch welche, kommen auch welche, ja. Der ist auch schon mal hin, ähm, ich hab hier, glaub ich, eben eingesehen, oder ne, ich hab mich geheirrt. Wir müssen den. Ah, Stachelkeule, oh Gott. Ja, so, ähm, wo sind denn unsere Partner? Na, da starte ich mal da, bei Braxu. Zu. Ne, da ist nicht so gut hinzugehen. Das geht nicht. So, können wir da vielleicht nochmal irgendwo rüber. Ah, Mann, ich dachte, ich hätte ihn getroffen mit dem Messer. Egal. Schade. Egal. 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 Ist zwar doof gelaufen, aber egal. Ja, also ihr könnt ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet, also ich finde eigentlich ganz gut dieses neue Projekt. Macht eigentlich total Bock und ja. Oh. Hier muss ich jetzt deutlich mehr aufpassen. Ähm. Ihr könnt auch, oh Gott, ihr könnt auch gerne mal schreiben, was ich verbessern kann, ähm, oder wofür diese Spritze ist, wie man die einsetzt. Das habe ich nämlich noch nicht ganz raus. Sogar ein Feind getroffen. Boooom! Schön... Schön Nacke, muss ich sagen. Oh, das war schon mal So, jetzt müssen wir vorrücken, um den nächsten Kontrollpunkt zu erobern Braucht Munition, also braucht man mal wieder eine Granate Wo war der denn? Oh Oh, ich wurde geheilt und fast wieder gestorben Wow Oh Mann, bin ich schlecht Ja gut, wir müssen hier starten Das war schon mal nicht so gut Okay Baum, 19, 18, Sturm Ja gut, ich habe halt auch noch nicht Ah, vielleicht muss ich mal die Waffe ändern Kann ich nicht Da müsste ich Spritze Wir haben Einsatzziel David erobert Versorgung, so So Gehen wir mal als Versorger in this game Ja, die ist ganz gut Die ist ganz gut Eigentlich ist es sehr unklug, jetzt auf offenes Feld zu gehen Genau Wegen sowas Oh Gott Das lasse ich nicht zu Mann Ich sehe den nicht Das ist Oh ne Andere Seite Mal gucken Andere Seite, mal gucken Woher kommt der denn her Hier müsste Glowie einer Komm in das Kampfgebiet zurück Oh gut, hier geht's Hier ist doch Keiner Ich dachte Hier wäre eine langer Rande Egal Gehen wir hier mal hoch Wir haben Einsatzziel David erobert Oh der geht an die MG's, das ist nicht gut Erobert Oh der geht an die MG's, das ist nicht gut Sie muss ich auch noch üben Wir werden zurückgedrängt Gut Gut So, konzentrieren Und aufpassen, dass uns hier keiner Da war einer Da war einer Oh Miss Ambruswerfer SPL Ja gut, da habe ich Kaum ne Chance Aber ich wurde wiederbelebt Aber ich wurde wiederbelebt, das ist nett Jo, schön getroffen Jo, schön getroffen Man bin ich schlecht Man bin ich schlecht Ich spiel lieber Sanitäter Die Waffe gefällt mir deutlich besser Macht, finde ich mehr Schaden Das war kein Schnellfeuer Wer, aber Mist Die geht natürlich aber nicht ganz so schnell nach Das ist das Blöde Aber die macht schon Eigentlich ganz gut Schaden Muss ich sagen Wo sind denn meine Partner, mein Trop Komm ich So Nein, hier komme ich nicht hoch Hier komme ich Nein, hier habe ich irgendwie Mich geirrt Er ist der Hilfe Ich hoffe das Zeug nützt was Kommt bitte Wir werden zurückgedrängt Wir werden zurückgedrängt Wir werden zurückgedrängt So Wir kommen nicht durch. Wow, geil. 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 Mann, die sind nicht schlecht, die Gegner Wir hätten auf jeden Fall gut stand Ah, gut Man sieht die so schlecht, die sieht man so schlecht Ich weiß jetzt wo der aber hockt Hier war das, oder nicht? So Er ist Hilfe, nimm schon So Oh oh Nein Gegenüber an Granate kann ich halt nichts tun Na, ne Auf geht's Wir haben Einsatzziel Emil erobert Attackiert das neue Einsatzziel Und wie es damit weitergeht Seht ihr dann Ja, das sollte einfach nur eine Wie es weitergeht Werdet ihr demnächst nochmal sehen Ich hoffe euch hat die Folge jetzt bis jetzt gefallen Ich wollte es nicht zu lange Aber ich wollte halt noch ein bisschen vorstellen Dass ich das jetzt auch Auf meinem Kanal bringen werde Ähm Ja Weil sonst würden die Folgen zu lange dauern Und ja Wenn es euch gefallen hat Lasst eine positive Bewertung da Bitte Nimmt an der Abstimmung Oben Echtes Teil Und dann Und dann